Universal Pictures befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung eines neuen Jurassic World Films, für den David Coepp, der Autor des Original Jurassic Park, wieder das Drehbuch schreiben soll. Obwohl die Details noch gering sind, ist das Projekt Berichten zufolge weit genug fortgeschritten, um Spekulationen über einen möglichen Kinostart im Jahr 2025 zu entfachen. Frank Marshall, der erfahrene Produzent der Jurassic World Trilogy, ist mit an Bord. Aber es wurde noch kein Regisseur benannt. Es wird erwartet, dass dieser Teil eine neue Jurassic-Era mit einer völlig neuen Handlung einläutet, was auf eine Abkehr von den bisherigen Charakteren hindeutet, die von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard verkörpert wurden. In Anbetracht der reichen Geschichte der Reihe und ihres Einflusses auf die Popkultur erwarten die Fans mit Spannung das nächste Kapitel der Dinosaurier-Abenteuer.